Einen wunderschönen Sonntag, herzlich willkommen zu Tag 75. Es ist der Gesundheitstag, es ist der Hobby-Tag, es geht um uns selbst. Wie gesagt, am Wochenende meistens so zwei Tage, einerseits so Beziehungstag, Familie, Freunde und so weiter. Und dann immer Hobbys, Gesundheit, alles so ein bisschen selbst. Und ich habe es gestern schon angedeutet, heute geht es um Gesundheit. Und es ist so ein Thema, das man oft gerne opfert. Und ich will auch dazu sagen, ich habe es auch in den 90 Tagen und ich werde es auch in den letzten 14 Tagen noch ziemlich opfert. Ist natürlich Schlaf, aber es ist natürlich was anderes bei Gesundheit. Nämlich ich habe die ganzen letzten 10 Monate immer so ein Wehwehchen gehabt, nämlich am Knie. Ich habe mir das beim Surfen eingeholt, bin gegen das Riff geknallt und habe mir das nie wirklich anschauen lassen. Habe da immer echt ziemlich Probleme. Und jetzt ist es so schlimm geworden, dass ich fast teilweise nicht mehr sitzen habe können. Weil allein dieser abgebogenen Knieposition hat es einfach unglaublich wehgetan. Und dann habe ich gesagt, okay passt, weißt du, was ich noch ziemlich rausgeschoben habe, schon seit Ewigkeiten jetzt, ist mein jährliches Gesundheitscheckup. Das muss auch wieder rein. Und es sind Dinge, die einfach wichtig sind, dass dir eines im Klaren ist, ich habe es gestern eben kurz angesprochen. Wenn du nicht am Ende schaust, dass die Oxygenmaske, die Sauerstoffmaske bei dir oben sitzt, wirst du irgendwann eingehen. Und das ist so wichtig hier eben in dem Großen und Ganzen. Und ich wollte es am Ende nach den 90 Tagen machen, aber es ging dann nicht mehr. Und das war eines dieser Dinge, wo ich gesagt habe, okay, gut, dann muss ich jetzt ein paar Stunden opfern. Aber das ist mir wichtiger. Ich habe dann einen Eingriff ins Knie gehabt. Hoffentlich hilft es jetzt. Habe dann meine Gesundheitscheckups. Habe da meine ganzen Sachen. Und am Ende glaube ich, dass das etwas ist, das ist so fundamental essentiell. Und das wollte ich heute in diesem ganzen kurzen Video am Sonntag einfach mal so ein bisschen machen. Das Thema Gesundheit ist einfach so unglaublich wichtig. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man da zu viele Opfer bringt. Das ist natürlich auch so ein bisschen das Schlafthema. Gut, das kriege ich jetzt so ein bisschen in diesen 90 Tagen über die Runden. Wird danach, ab September, auch natürlich ganz wieder ein bisschen anders ausschauen. Wird der Fokus woanders hingehen. Auch mit Familie, mit Hobbys und so weiter. Aber eben, gerade bei dem Gesundheitsthema wollte ich eigentlich auch hinten rausschieben. Ist dann aber eben nicht mehr gegangen. Und das war eines dieser Beispiele, das ich heute einfach bei dir schreibe. Bringen wollte. Genau. Weiß nicht, ob es bei dir sonst irgendwie Sachen gibt, die bei dir da ganz wichtig sind. Ich habe das ja im Timerize im Prinzip ganz ausführlich besprochen. Dass man eben Dinge oft ohne Deadline hat, die aber ganz wichtig sind. Dass aber die wichtigsten Dinge im Leben oft sind. Und das ist halt genau eines dieser Dinge. Lass mich mal wissen, ob es bei dir da sonst was gibt. Weiß nicht. Machst du deine Gesundheitscheckups? Würde mich auch mal interessieren. Hast du mal was am Knie gehabt? Wahrscheinlich würde mich auch interessieren. Leute, schönen Sonntag. Wir starten morgen stark in die Woche rein. Mach's gut. Dein Julian. Tschüss.